Grüß euch, ich bin der Josef Gstötner. Ich bin zuständig bei der Firma Schwarzmöher für die Kommunalmaschinen. Unter anderem fallen auch die ISEKI Traktoren darunter. Und heute möchte ich euch den ISEKI SF237 präsentieren. Also wir reden da von 35 PS Leistungsklasse, weil es wirklich ideal für Großanlagen, für Sportplätze, für die Kommunen, für die Kommunalbetriebe, wie auch immer. Wir haben ein 1,50 cm breites Mähwerk verbaut mit zentraler Absaugung. Also wir sind da sehr kurze Wege, was wir da fahren. Also wir können da wirklich verstopfungsfrei das Schnittgut in den Absaugcontainer befördern. Da sind wir ausgestattet mit 950 Liter in einer Hochenklärung, was eine Überladehechnung von 2,25 m hat. Weiters haben wir noch eine mechanische Hinterachse verbaut. Also mit einem echten Allradantrieb, einem mechanischen und einer mechanischen Differenzialsperre. Was man wirklich im steilen Gelände, wo es unwegsam ist, sehr gut fahren und arbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie sticker bleibt. Also wir haben da einen echten ISEKI Motor verbaut, der Abgasstufe 5, mit einem Partikelfilter, Turbolader, alles was man braucht, dass wir wirklich eine leistungsstarke Maschine haben. Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich komme gerne vorbei, mache mir eine Vorführung, stelle euch ein Angebot zusammen, individuell wie ihr es braucht. Bis zum nächsten Mal.